Das ist irre. Das ist der völlige Wahnsinn. Das Chronicle Moschers 2019 ist bereits ausverkauft. Ist das geil? Ist das geil? Was aber noch viel geiler ist, dass wir God Slave auf dem Chronicle Moschers 2019 spielen. Das ist richtig geil. Und ich kann euch eins versprechen. Wir feiern zusammen am 8. Juni eine richtig geile, fette Fresh Metal Party zusammen. Wir sind heiß. Ich hoffe ja auch. Wir sehen uns auf dem Chronicle Moschers 2019. Und jetzt proben wir! Wir sind heiß. Wir sind heiß. Wir sind heiß. Wir sind heiß. Wir sind heiß.